Heute wollen wir euch den Nachwuchs aus dem Hause Monolith vorstellen, den Junior. Wenn ihr den Junior bei eurem Lieblingshändler bestellt habt, wird er per Spedition zu euch nach Hause geliefert. Das Auspacken und Zusammenbauen ist denkbar einfach. Zuerst muss das Untergestell zusammengebaut werden. Dafür schraubt ihr einfach die drei Beine auf das vorgesehene Gestänge. Diese werden zusätzlich mit den beiliegenden Schrauben fixiert. Nachdem ihr den Monolith nun in sein Untergestell gestellt habt, steht er fest und sicher. Um den schweren Deckel problemlos öffnen und schließen zu können, ist der Junior mit einem praktischen Federmechanismus ausgestattet. Zum Innenleben gehören die Protektorscheibe, die Feuerbox, der Kohlerost aus Gusseisen, der Feuerring, der separat erhältliche Rostknecht mit Deflektorstein und der Grillrost. Das alles kommt, wie hier gezeigt, in den Monolith Junior. Achte darauf, dass die Aussparungen in der Feuerschale und im Feuerring nach vorne zeigen. Der Grillrost hat einen Durchmesser von 33 cm. Wenn es mal ein bisschen mehr zu essen sein darf, schafft ein praktisches Sonderzubehör mehr Platz im Grill. Die Rosterhöhung. Ebenfalls optional kann man mit Hilfe der Räucherschiene Räuchermehl oder Chips in die Glut schieben, ohne den Deckel öffnen zu müssen. Das Anfeuern des Grills ist sehr einfach. Ihr füllt Holzkohle bis knapp über die Löcher der Feuerbox und entzündet diese mit einem Anzünder auf Holzbasis. Niemals darf man flüssige Anzündhilfen in den Keramikgrill schütten. Bis die Kohle durchgeglüht ist, öffnet ihr die Aschetür und das Deckelventil. Danach stellt ihr die Temperatur ein, indem ihr die Aschetür ein bis zwei Zentimeter offen lasst und mit dem Deckelventil die Luftzufuhr reguliert. Die aktuelle Temperatur kann auf dem präzisen Deckelthermometer abgelesen werden. Wenn ihr die gewünschte Temperatur erreicht habt, ist der Monolith Junior bereit für eure Vergrillungen. Egal ob direkt, indirekt oder räuchern. Es gibt nichts, was ein Monolith nicht grillen kann. Mit dem Junior wünschen wir euch nun viel Spaß. . Untertitelung des ZDF, 2020